Liebe LEGO-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Die neuen LEGO Marvel-Sets, welche im Januar erscheinen werden, wurden jetzt offiziell enthüllt, das heißt in diesem Video. Schauen wir sie uns an. Bevor es losgeht, sei mir noch ein Hinweis auf meinen WhatsApp-Kanal erlaubt. Diesen könnt ihr kostenfrei und anonym abonnieren, folgt dazu einfach dem Link in der Videobeschreibung. Ihr erhaltet dann jedes Mal eine Benachrichtigung auf euer Handy, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe oder auch mal, wenn es andere interessante Sachen zu berichten gibt. Bevor wir uns die Sachen von heute anschauen, noch einmal der kleine Hinweis. Es gibt ja bereits die Bilder zur Spider-Man-Maske und auch drei kleineren Spidey-und-seine-Freunde-Sets. Auch dazu habe ich hier bereits ein Video gemacht. Das könnt ihr euch also danach noch anschauen. Aber kommen wir zu den Sets von heute. Da haben wir als erstes mal die 76275 Motorradverfolgungsjagd Spider-Man vs. Doc Ock. Das Ganze besteht aus 77 Teilen und kostet 10 Euro, erhältlich wie gesagt ab dem 1. Januar. Zwei Figuren sind hier dabei. Einmal natürlich Spider-Man, der hat auch so ein kleines Motorrad. Das ist natürlich für die Erwachsenen, mich eingeschlossen, hier eher vernachlässigbar. Was aber interessant ist, ist die zweite Figur. Da haben wir nämlich einen Venom-Doc Ock bzw. Venomize-Doc Ock, könnte man es auch nennen. Also Doc Ock, der von Venom befallen ist und das macht sich auch auf seinem Tor so bemerkbar. Da ist nämlich die linke Seite schwarz mit einer weißen Spinne drauf und auch sein Gesicht ist auf der linken Hälfte schwarz und weiß gestaltet. Also die typischen Venom-Farben. Interessant hierbei ist auch noch, dass er ein Wendegesicht hat, wo dann Venom das komplette Gesicht einnimmt auf der Rückseite. Ansonsten sind auch noch seine Tentakel anders. Da sind an den Spitzen diesmal diese Exo-Force-Arme dran. Das fand ich ganz interessant. Und dann haben wir noch so eine kleine Rassenlaterne mit einem Mülleimer dabei. Viel zu sehen gibt es ja also nicht. Aber ich denke mal, die Doc Ock-Figur ist für viele hier ein Kaufgrund. Weiter geht es dann mit der 76-276 Venom-Mag vs. Malz Morales. Bestehend aus 134 Teilen zu einem Preis von 15 Euro. Und die Besonderheit hier ist, dass das ein, ich glaube sogar zum ersten Mal ein Mech ist, wo zwei Minifiguren dabei sind. Also klar, es gab schon so Mechs-Doppel-Packs. Aber hier haben wir nur einen Mech, sprich den von Venom und auch gleich einen Gegner dabei. Finde ich irgendwie komisch, weil wir in derselben Welle auch noch einen Mech haben, wo nur eine Figur dabei ist. Zu dem kommen wir gleich noch. Jetzt schauen wir uns hier erstmal Venom an. Der ist natürlich auch wieder in schwarz gehalten mit weißen Akzenten auf der Brust. Vorne ist dann auch sein weißes Spinn-Logo, das wie eigentlich bei allen Mechs bedruckt sein wird. Das Coole hieran ist aber auch wirklich, dass wir noch Malz Morales als zweite Minifigur hier drin haben. Was zumindest meiner Meinung nach den Spielspaß nochmal deutlich erhöht. Ansonsten, klar, diese Mechs sind halt immer eher für Kinder gedacht. Als Erwachsener kann man da abseits der Minifiguren nicht wirklich was damit anfangen. Der zweite Mech, der im Januar erscheinen wird, ist die 76277. Das ist der War Machine Mech. Der besteht aus 154 Teilen und kostet auch 15 Euro. Und ja, Preis ist gleich. Allerdings fehlt hier eine zweite Minifigur im Vergleich zum Venom Mech. Immerhin ist die enthaltene Minifigur hier bislang exklusiv. Das ist nämlich eine neue Variante von War Machine, die so ein bisschen Comic-mäßiger aussieht. Aber das ist ja, glaube ich, auch bisher bei allen Mechs so gewesen, dass die nicht unbedingt auf dem MCU basierten, sondern eben dort Designs aus den Comics verwendet wurden. Als Spielfeatures haben wir hier natürlich War Machine typisch sehr, sehr viele Waffen. Wir haben einmal die große Kanone auf der Schulter und dann an beiden Handgelenken auch nochmal was zum Abschießen. Dann geht es weiter mit der 76278 Rockets Raumschiff vs. Ronin. Das besteht aus 290 Teilen und kostet 38 Euro. Wie der Titel des Sets schon vermuten lässt, haben wir hier zwei Figuren drin. Dann natürlich einmal Rocket Raccoon, auch mit einem neuen Kostüm und Ronin, ebenfalls mit einem neuen Kostüm. Der hat jetzt hier auch diese neuartige Kapuze, die wir ja zum Beispiel vom Imperator von Star Wars kennen. Ich weiß noch, als die erste Guardians of the Galaxy-Welle rauskam, hatte der sogar so ein extra Helmteil. Das gibt es jetzt hier leider nicht mehr, ist also ein bisschen enttäuschend. Aber er hat immerhin noch so einen kleinen Umhang, wie es aussieht, so ein bisschen ausgefranst. Also das ist schon ganz cool, die Figuren. Das Raumschiff, ja, ich habe es mir mal angeguckt. Ich dachte ja erst, das soll die Milano darstellen. Aber Rocket hatte am Ende von Guardians of the Galaxy 1 tatsächlich noch ein anderes Raumschiff, die Warbird. Und das ist eben diese hier. Ja, der Umriss ist erkennbar, sage ich mal. Ist natürlich sehr, sehr eingeschrumpft. Jetzt auch nicht unbedingt, was man sich als Erwachsener vielleicht in die Vitrine stellen würde. Aber ich sage mal so, zum Spielen reicht es. Aber dem entgegen steht da natürlich auch irgendwie der Preis. 38 Euro für nicht mal 300 Teile. Also ich würde mal sagen, 30 Euro UVP wäre hier auf jeden Fall angemessener gewesen. Dann haben wir die 76279, Spidermans Rennauto und Venom Green Goblin. Und das ist hier ein weiteres Set mit einem Venomized Spider-Man-Schwocken. Wir haben hier 227 Teile zu einem Preis von 29,99 Euro. Insgesamt drei Minifiguren mit dabei. Einmal wieder Spider-Man. Dann haben wir Spider-Gwen bzw. Ghost-Spider. Und wie schon gesagt, den Venomized Green Goblin. Bei ihm ist hier offenbar die Verwandlung noch ein bisschen weiter fortgeschritten als bei Doc Ock. Er hat schwarze Beine, einen komplett schwarzen Arm. Und auch der Torso hat schon die komplette Spinne. Es gibt auch hier wieder einen Wendekopf. Ihr könnt euch also entscheiden, ob ihr nur eine Hälfte des Gesichtes mit Venom haben wollt. Oder dann, wenn ihr den Kopf rumdreht, gibt es auch das Venom-Gesicht auf dem kompletten Kopf. Das Interessante hieran ist, dass Venom in dieser Variante beim Green Goblin keine weißen Augen hat, sondern gelbe, genau wie der Green Goblin. Wenn wir uns das Auto mal anschauen, um das es ja eigentlich gehen soll. Ja, das sieht schon sehr, sehr 4-plus-mäßig aus, beziehungsweise eben für kleinere Kinder zum Spielen. Immerhin passen sowohl Spider-Man als auch Ghost-Spider rein. Das ist ja schon mal vom Vorteil, wenn man beide Figuren hier unterbringen kann. Ghost-Spider hat auch noch ein Skateboard. Das kann ebenfalls hier drin verstaut werden. Aber ansonsten ist das Auto hier eher der Nebendarsteller in diesem Set. Der Green Goblin, beziehungsweise der Venom-Green Goblin, der hat auch seinen Gleiter dabei und auch der ist Venom-Meist. Da hängen hinten so ein paar Tentakel raus und der ist in schwarz statt irgendwie in grau gestaltet. Also das sieht wirklich ziemlich cool aus. Und ich würde auch hier drauf tippen, dass der Venom-Green Goblin, genau wie der Venom-Doc-Ock, hier das Verkaufsargument ist, dass sich dieses Set vielleicht auch der ein oder andere Erwachsene kauft. Dann geht es weiter mit noch einem Spider-Man-Set, die 76-280 Spider-Man vs. Sandman Showdown. Und das ist ja ein Set, was sicherlich der ein oder andere schon sehnlichst erwartet hat. Das ist nämlich eine Ergänzung zum 76-261 Spider-Man Final Battle, was im August 2023 erschienen ist für 105 Euro. Das Ganze sieht ähnlich aus. Wir haben auch hier wieder so einen schwarzen Präsentationsstandfuß, sag ich mal, wo diese Szene dargestellt ist, also so ein bisschen Diorama-mäßig. Auch hier gibt es wieder so ein kleines graues Gerüst und auch wieder ein Portal. Was anders ist, ist allerdings die Besetzung. Klar, wir haben hier wieder den MCU Spider-Man drin mit seinem schwarz-rot-goldenen Anzug und auch wieder Elektro. Elektro hat allerdings andere Blitze auf dem Rücken, aber neu dabei ist einmal gänzlich neu in Lego-Form sogar der Lizard, den wir hier als Minifigur drin haben und dann auch nochmal Sandman als eigentlich baubare Figur. Also das ist dieselbe Größe, wie wir das von den anderen baubaren Figuren von Marvel oder DC kennen. Und er hat ja sogar auch dieses selbe Gesichtsteil, was hier dann eben in Form von Sandman bedruckt ist. Was ich hier ein bisschen schade finde, ist, dass sie allerdings Lizard als ganz normale Minifigur dargestellt haben. Klar, er hat dieses Schwanzteil, allerdings durchbricht das den Druck seines helleren Bauches. Also du hast dann oben auf dem Torso den hellen Bauch, dann kommt einmal das dunkle Schwanzteil ohne Bedruckung und am Gürtelteil der Beine, wo die Beine dran befestigt ist, geht dann die Bedruckung vom Bauch weiter. Also das sieht irgendwie ziemlich komisch aus, also das hätten sie einfach weglassen müssen oder dann eben bedrucken können oder eben auch andere Beine oder was weiß ich nehmen können. Hier hätten sich zum Beispiel auch diese Demogorgon-Beine gut angeboten, weil Lizard, ich weiß es nicht, also ist es schön, dass es den Charakter endlich gibt, aber die Umsetzung hat halt ziemlich viele Menge, sagen wir es mal so. Was auch mangelhaft ist, meiner Meinung nach zumindest, ist der Preis bzw. auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. 38 Euro haben wir hier für 347 Teile und ja, ich sagte schon, man kann das Ganze dann eben auch kombinieren mit dem großen Set. Allerdings das Einzige, was ihr hier machen könnt, ist, dass ihr den Sandman-Oberkörper aus dem kleinen Set rausnehmt. Dann nehmt ihr oben bei der Freiheitsstatue beim großen Set das Oberteil des Kopfes ab und steckt da dann den Sandman rein. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es das jetzt wert ist, hier nochmal extra 38 Euro dafür zu bezahlen. Das andere Set hat schon 105 Euro gekostet, wenn ihr es nicht im Angebot gekauft habt, was auch das schon ein ziemlich hoher Preis ist, meiner Meinung nach. Und ich finde einfach, sowohl Sandman als auch Lizard hätten mit in das große Set reingehört. Jetzt haben wir hier Spider-Man doppelt und Elektro doppelt, die man praktisch bei dem kleinen mitkauft, obwohl man es gar nicht braucht, wenn man das große schon hat. Also, ja, fühlt sich irgendwie wie so ein Cash-Grab an von Lego, leider. Apropos Cash-Grab, da haben wir jetzt hier noch ein besseres Set, was dazu passt. Die 76281 der X-Jet der X-Men. Der besteht aus 359 Teilen und kostet nicht etwa 35 oder 40 Euro, sondern 85. Ja, also hier muss irgendwie der Preis auch wieder ausgewürfelt worden sein. Ich weiß nicht, wie man bei nicht mal 400 Teilen auf 85 Euro kommt. Hier ist jetzt auf den ersten Blick, klar, da sind irgendwie fünf große Teile an den Flügeln und die beiden Cockpit-Scheibenelemente dort. Aber nee, also das ist deutlich, deutlich zu hoch. Wir haben, klar, vier Minifiguren hier dabei, Cyclops, Magneto, Rogue und Wolverine. Aber auch hier sind jetzt nicht irgendwelche besonderen, coolen Teile verbaut, dass man sagen könnte, dieser Preis wäre gerechtfertigt. Was eigentlich schade ist, weil ich denke, dass das ein ziemlich cooles Set wäre, wenn es halt einfach billiger wäre. Also der X-Jet sieht ja nicht schlecht aus. Man kann ja auch mehrere Figuren reinsetzen. Es gibt ein paar Spielfunktionen und so weiter und so fort. Ich finde auch die Minifiguren-Auswahl ganz angenehm, dass wir hier immerhin drei neue Charaktere haben. Wolverine doppelt sich jetzt mit der Minifiguren-Serie. Aber, also allgemein ist es schon, zumindest nach meinem Empfinden, ein cooles Set. Aber 85 Euro ist halt einfach doppelt so teuer, wie es sein dürfte. Und da kommen wir zum letzten Set für heute, die 76-282 Rocket und Baby Groot, bestehend aus 566 Teilen für 60 Euro. Hier haben wir mal wieder eine baubare Figur aus dem Marvel-Universum. Wir hatten ja zuletzt einmal schon Groot und den Venomized Groot, jetzt hier also sein, ja, Ziehvater eigentlich schon. Ja, sieht jetzt zumindest für meinen Geschmack nicht unbedingt so süß aus wie Groot aus. Auch da gab es ja schon viel Kritik bei Groot. Ich fand Groot damals noch cool, aber bei Rocket, muss ich sagen, bin ich jetzt auch raus. Das mit den Zähnen und mit diesen riesigen aufgerissenen Augen, also das wirkt irgendwie ziemlich verrückt und das nicht im positiven Sinne. Das Beste hieran an diesem Set ist wahrscheinlich noch die enthaltene Minifigur von Baby Groot, der jetzt diesmal nicht so eine kleine Makro-Figur ist, sondern eben eine ganz normale Minifigur mit kurzen Beinen, was sicherlich dann auch wieder für viele ein Kaufanreiz sein dürfte. Das sind sie also, die Lego-Marvel-Neuheiten, die im Januar erscheinen werden. Was haltet ihr denn von den Sets? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auch gern ein Like und ein Abo da, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Ich bedanke mich jetzt recht herzlich fürs Zusehen und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss!